Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel von den German Open im ersten German Open im Street-Tisch-Tennis und du siehst jetzt hier das Halbfinale, da ging es schon wirklich um die Wurst. Also mein Gegner ist kein geringerer als der Fabian Grote, das ist der Bruder von Markus, dem Tischtennis-Defender und die beiden haben natürlich auch einen Podcast und da kannst ihr gerne mal reinhören, TT-Tweenies heißen die und der Markus hat natürlich den Tischtennis-Kanal der TT-Defender, wo der Fabian auch ab und zu zu sehen ist. Ja, in diesem Spiel musste ich mich wirklich reinhauen, weil der Fabi spielt ein solides Block-Spiel, das ist im Street-Table-Tennis gar nicht so verkehrt, lieber sicher spielen als irgendwie volle Pulle. Ich habe das auch versucht, also sichere Bälle zu ziehen, gerade im Spiel zu halten, lange, schnelle Aufschläge mit viel Schnitt und gucken wir mal, ob das geklappt hat. Und herzlich willkommen jetzt hier nochmal im ersten Satz. Ich prüfe da nochmal die Länge, weil da war gar nicht so viel Platz und jetzt geht es auch schon los. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Spiel und vielleicht komme ich ja weiter ins Finale. Also, erster Satz, Aufschlagposten, 1-0 für mich. Tschöck! Tschöck! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020